Ja, schönen guten Morgen. Heute aus Lenggries. Ich habe es tatsächlich geschafft, heute zeitig aufzustehen. Zeitiger als unter der Woche. Nur um dann wieder vom Schienenersatzverkehr ausgebremst zu werden. Der Zug ist leider nicht durchgefahren. Dann gab es den Bus, der natürlich dann voll gerammelt war mit allen Wanderern. Und dann haben wir den Bus verpasst, den ich ursprünglich nehmen wollte, um etwas abzukürzen zur Bergbahn. Aber ja, so weit ist es nicht. Also von Lenggrieser Bahnhof bis zu den Bernen sind es circa zwei Kilometer oder so. Das war so zweieinhalb. Und mein Plan war heute hochfahren auf das Brauneck und von oben dann so eine Höhenwanderung zu machen. Und die Tour habe ich auch mehrmals jetzt abgewandelt. Ursprünglich wollte ich hoch, dann auf den Latschenkopf, dann wieder runterlaufen. Ja, aber wenn man nur ein Stückchen weiter geht, kommt man auf die Benediktenwand, die 1800 Meter ist. Und das ist dann doch sehr reizvoll, vor allem weil es nicht viel hoch und runter geht, wenn man einmal oben ist. Und da dachte ich mir, mache ich das? Und ja, je nachdem, wie schnell oder langsam ich bin, gehe ich dann zurück zum Brauneck. Und dann kann ich entscheiden, ob ich noch genug Zeit habe zum Runterlaufen oder falls die Bahn dann noch fahren, die Bahn zu nehmen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie grao ich bin. Aber ja, es sieht erstmal super aus hier. Ich war schon ein paar Mal hier auf dem Brauneck. Auch in einem vorherigen alten Video war ich da. Das ist wirklich, wirklich schön. Der erste Teil oben auf dem Brauneck, direkt nach der Bahn, nach dem Restaurant, ist sehr überlaufen von Spaziergängern, die eine leichte, einfache Tour wollen. Aber wenn man ein Stück weiter geht, wird es ruhiger. Es gibt auch viele Paraglider hier und die fangen jetzt da oben an schon zu fliegen. Die machen es clever mit dem Fahrrad. Das Wetter heute ist traumhaft. Laut Verhersage soll es halt leicht wolkig sein. Bisher ist es sehr schön. Ein paar Mini-Wölkchen zum Kontrast blauen Himmel. Ansonsten perfektes Wetter. Kann sein, dass ich ein bisschen viel mitgenommen habe. Aber naja, ich kann die extra Übung auch gebrauchen. Ja, ich bin jetzt doch schon sehr aufgeregt. Ich hatte die Tour letzte Woche geplant eigentlich. Aber dann hat es an dem Tag geregnet. Und da habe ich vorher nicht die Wettervorhersage angeschaut. Ja, selber schuld. Ich bin jetzt gleich an der Bergbahn. Und ich hoffe auf etwas kühlere Temperaturen oben am Berg. Ah, hier. Beim geraden Weg schwitze ich schon ganz schön. Und es ist jetzt gerade erst mal um 10. Und ich finde es schon mega heiß. Und ich finde es schon mega heiß. Und ich finde es schon mega heiß. und ich habe sie auf jeden Fall. Und ich finde es schon 하게. Und ich finde es ist ja cool. Die haben sie auch ke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde dann doch zu einer kürzeren Route umschwenken und einfach den Weg hier noch genießen Da unten klimpern die Kühe Auch noch eine Alm Das sind doch weniger Leute als ich dachte hier So, jetzt geht's wieder hoch Ach, brauche ich wieder meine Puste So, jetzt geht's So, jetzt geht's So, jetzt geht's Musik 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 Ich hatte jetzt gerade meine Mittags-Snack-Pause Auf dem latschen Kopf Ich bin da oben einfach gechillt und die Aussicht genossen Und bin jetzt soweit Und da vorn ist jetzt erst die Benediktenwand Und das wäre jetzt nochmal ein einfacher Weg Zwei Stunden mindestens Bei meinem, der Poi wahrscheinlich eher drei Und Ja, das geht einfach nicht Das war total falsch geplant von mir Ich gehe jetzt den Rundweg zurück Zur Seilbahn Und dann kann ich da sehen Ob ich noch Bock habe zum Laufen Dann laufe ich runter Wenn nicht, nehme ich die Bahn Aber Da man dort direkt einkehren kann Kann ich mir gut vorstellen Dass ich die Zeit, die ich runterlaufen würde Investieren werde In einen Radler Mit Aussicht Könnte ich mir gut vorstellen So, jetzt aber erst mal wieder konzentrieren Dass ich heil runterkommen Ich bin da drauf Ich verstehe Ich konnte nicht die Zeit, ihr könnt Ich bin da auf Ich bin da rein Und da vorne Ich bin da vorne Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020